Duelle abgeschlossen. Macht euch bereit für das Finale. Das Finale beginnt in 30 Sekunden. Das Finale beginnt in 3, 2, 1, los! Bei nächster Gelegenheit wenden. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Horizon, bitte gratuliert dem Eliminator! Fin I I I Das war's.